Ein Maschinenbauer, der wie eine Maschine gebaut zu sein scheint. Kein TSG-Feldspieler sonst hat alle bisherigen Pflichtspiele in dieser Saison bestritten. Und das, obwohl Marius Pülter erst seit dieser Saison unser Trikot trägt. Ja, es ist auch Arbeit, sich vorzubereiten, vor dem Training nachzubereiten, auf seinen Körper zu achten. Ich bin schon ein bisschen älter, da weiß man vielleicht auch, was für einen Körper gut ist, was nicht so gut ist. Dann gehört sicherlich auch ein bisschen Glück dazu, dass man gesund bleibt. Ich hoffe, es bleibt auch so, aber im Moment fühle ich mich gut. Ich bin fit, sprich nichts dagegen, dass du bleibst. Mit 20 kickt Bülter noch in der Oberliga und studiert nebenbei Maschinenbau. Sein Bundesliga-Debüt für Union Berlin gibt er mit 26 und kommt nach einer für ihn torreichen Zwischenstation auf Schalke im vergangenen Sommer zu uns. Mittlerweile hat unsere Nummer 21 mehr als 100 Bundesligaspieler auf dem Konto. Dauerbrenner und Führungsspieler? Ich bin jetzt ein halbes Jahr da, so was braucht auch ein bisschen Zeit, um in so eine Rolle reinzuwachsen. Wobei ich nie oder es auch nie sein werde, der klassische Führungsspieler, der viel in der Mannschaft spricht, sondern eigentlich eher derjenige, der mit Leistung vorangeht. Und das hoffe ich, dass es weiterhin passiert und dass meine Leistung vorangehen kann. Viele Worte braucht er auch nicht, um Eindruck zu hinterlassen. Sorry. Seine Transferverkündung ist bis heute das erfolgreichste Social Media Video der TSG-Geschichte. Auf dem Platz selbst fehlt Bülter allerdings noch ein wenig die Durchschlagskraft der letzten Jahre, sagt er zumindest selbst. Ja, es geht immer mehr. Ich glaube, es wäre auch nicht gut, wenn ich zufrieden wäre. Aber klar, in erster Linie bleibt das Ziel, gesund zu bleiben und möglichst viele Punkte mit der Mannschaft zu holen. Und klar, wenn dann nochmal der eine oder andere Scorer mehr dazu kommt, freue ich mich auch. Bei der TSG ist der 30-Jährige auf der linken Außenbahn mehr mit Defensivaufgaben betraut als zum Beispiel auf Schalke. Ein Schienenspieler mit angezogener Handbremse also? Es ist ja nicht so, dass ich den Zug zum Tor verliere. Die Rolle macht mir auch Spaß. Es ist natürlich auch eine Sache, in die man sich reinarbeiten muss, damit das Zimmer besser funktioniert. Ja, aber auch da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber ja, die Rolle macht auf jeden Fall Spaß. Spaß hat er auch im Fördertechnikmuseum Sinzern. Zwischen all den Fließbändern, hydraulischen Vorrichtungen und technischen Spielereien fühlt sich der Tüftler schnell an früher erinnert. Klar, also ein paar Sachen kommen einem natürlich schon bekannt vor. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich meine Vorlesung hatte, das Studium, wo man die Sachen kennengelernt hat. Dann vergisst man schon einiges, aber klar, es kommt einem bekannt vor. Bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Was wird es denn nach der Karriere? Trainer oder dann doch Maschinenbauer? Ich weiß es noch nicht. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Jahre, wo ich mir das überlegen kann. Das Studium ist natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da müsste man auch wieder reinkommen. Ich müsste aber sagen, Trainer reizen mich jetzt auch nicht so. Ja, deswegen mal gucken. Ich habe noch ein paar Jahre. Absolut richtig und wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.